Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, was haben wir denn hier? Ach, wir haben eh nur einen. Naja. Oh, mit dem Blitzschaden. Mit dem Blitzschlag. Hm. Aber ich behalte mir die kritische Trimper schauen. Noch zusätzlich und drauf. Äh. Erstmal. Katala. Nee. Und natürlich haben wir auch keinen Topaz bekommen. Mal wieder. Letzte Woche auch nicht. Oder? Nee. Aber wir haben letzte Woche... Schlüsselstein hatten wir doch bekommen, oder? Wo haben wir den denn reingeschaut? Ah, hier. Da muss er hin, da muss er hin. Das kommt da hin. Und wir sind schon wieder fast voll hier. Und ich sehe gerade unsere Klasse, die sind schon wieder hinüber. Oder waren die gerade hinüber? Ich glaube schon. Und wir haben die Frage, die Frage, wieso? 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 Wieso, wieso, wieso? Wieso? Wohin? Wohin hat was geändert? Ich weiß es gar nicht. Wieso? Wieso? Ich weiß es gar nicht. Wieso? 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 Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Hu 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 Juuuuh Na schon wir haben beide Also das ist schon so wirklich ausgeglichen, ne Müsste ich ja wein Haben wir eigentlich unser aktuelles Ding zu uns? Unter einem aktuellen Votera haben wir, ja Wöh Ein Verbündeter ist fort, doch meine Gegner werden schwächer Und wieso haben die so einen? Ich will auch so einen Schaut doch viel queer aus Voll ja beschiss hier Ich kann das nicht auswählen Stimmt irgendwie so ein Sheet oder ein Heck, ja Nur Sheeter hier, ja, Sheeter und Hecker Meine 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 Hups Uuuuuh Uuuuuh Eis 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 Ich habe ja auch noch ungemeckert, dass kein Eis kommt, ja Hätte ich es mal nicht gemacht Nichts Nur wenigstens haben wir wieder eine kleine Armee Kleine Minions Armee Bidu 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 wo er das Telefon abfrocknet und dann geht der Feueralarm los der erste Minion kommt mit der Axt durch die Wand stoppt dann aber nicht und geht außen wieder durch die Wand einer kommt dann mit dem Feuerlöscher und der dritte kommt hier mit dem Megafon und auch Bidu 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 geilste Stelle eigentlich im zweiten Teil auch wenn ich den zweiten gar nicht so gut fand da ist irgendwo ein Goplin genau da ich hoffe mir nicht dass ich den jetzt angreife komm weg da nein 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 wow Millionen hat der da dabei wo ist denn der da oben aber wir können ja durchlaufen aha klingt das irgendwas irgendwie in die Gegner schauen ne aha hat glaube ich jetzt nicht so viel gebracht aber hin und herzlob ah ne ich will da weg dann laufen wir mal dass er nicht wieder schließt also ich hab noch alle Kondosse das ist gut also beim ersten Mal könnte es wirklich sein dass ich sie gar nicht aktiviert habe aber beim zweiten Mal ich mein die fallen ja nicht einfach so um oder das war wie eine Schreckensdemon weil die hauen ja wirklich rein da gut die 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 Ich weiß es nicht Oh, war ich das etwa? Ja. Jetzt hat er Pech, jetzt hat er den Boden nicht bekommen, so. Selbstschulde. Ah, aber den schaffen wir nicht mehr. Glaube ich nicht. Ah, naja. Ah, ich muss auch wirklich mal gucken, vielleicht... Kann ich das Mikro auch so zur Seite machen? Ich probiere das mal aus. Aber den Bodenligheter, ich weiß nicht, ich kann mich nochmal gucken. Ja, das ist doch lustig. Ach, was ich dann? Ja, ich kann mich nicht aufreißt. Oh, das ist doch egal. Ich kenne mich nicht mehr. Tu hast du vor. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen, doch meine Feinde werden nun stärker. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen, aber ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen.